Hallo alle zusammen, mein Name ist Tobi Luigi. Wir befinden uns heute hier auf der Regenbohnen. Da sind schon einige Freundschaften kaputt gegangen. Meine Konkurrenten, mein Bruder Mario, Miss Emilia Marcel, und seine Geliebte, Prinzessin Pitch. Hu, hu, ich bin Prinzessin Shea. Jetzt kommen wir zu meiner Süße. Sehen Sie. Hallo, ich bin Prinzessin Sina. Seid gespannt, wer will das Rennen machen. Los geht's.